Diesmal testen wir gemeinsam mit dem lieben Joachim seine neue Magnetbaumaschine. Die hat er sich online bestellt. Jetzt haltet euch fest, für 150 Euro. Kann das Ding überhaupt irgendwas? Werden wir in diesem Video erfahren und es geht los. Ich habe hier was vorbereitet. Ich habe hier zwei Kracher-Modelle. Joachim, das eine geht ab 1000 Euro los. Hier musst du 600 bis 700 Euro investieren. Und du hast... Ja, ich habe mir eine gekauft. Mit dem Preis konnte ich nicht dann vorbeilaufen. Und ich bin halt ein Mensch, ich leih mir nicht gern Werkzeug. Ich will das selbst haben. Ich verleihe auch nicht gern Werkzeug. Das stört nur Freundschaften. Du hast das bei VEWO bestellt für 150 Euro. Und für 100 Euro mehr hast du noch das ganze Zubehör bekommen. Ja, hier die ganzen Bohrkrone. Kann man nicht meckern. Joachim, ich habe eine Frage an dich. Ich kann mir nicht vorstellen, dass für 150 Euro eine Magnetbohrmaschine da mithalten kann. Du weißt ja, was ich immer sage. Man kann mit einem Trapi-Brötchenholen fahren oder mit einem Mercedes S-Klasse-Brötchenholen fahren. Die Frage war, das macht mehr Spaß. Weißt du, was Spaß macht? Wir testen die jetzt auf Herz und Nieren und du guckst dir das Ding mal genauer an. Genau, machen wir das. Kabel zu mir. Der wichtigste Aspekt bei dieser Bohrmaschine ist natürlich hier. Je dicker das Material, desto besser haftet die. So, jetzt. Hält? Also das habe ich jetzt nicht erwartet. Vor allen Dingen, ich meine, schau dir mal den kleinen Magnet mal an. Das hier ist so ein zuschaltbarer Permanentmagnet. Ja. Hat auch eine gewisse Größe. Und wenn man sich hier die Zunvergleich anguckt, guck mal was hier für ein Oschi ist. Ja. Ich kriege den hier nicht runtergerobbt. Ja. Das ist ja auch für den Spekt der Übung. Magnetfuß. Mach schon einen guten Eindruck. Dann haben wir natürlich ganz klassisch unser Kreuz, womit wir das verstellen können. Ich sehe hier auch den Bereich, der ist relativ lang. Naja, man kann das hier dann nochmal verstellen, wenn da hinter dem, man hat manchmal lange Bohrer oder sowas oder irgendwie. Beispiel, ich hätte jetzt das Bohrfutter dran, ich hätte einen langen Bohrer. Da musst du ja hier hochfahren, da musst du ja recht, das Bohrfutter noch hier dran. Ups. Wir haben das Kreuz zum Verstellen, das Interessante ist, wir können. Das kannst du rechts, links machen, wenn du zum Beispiel dicht an der Wand musst oder so. Dann muss man halt manchmal etwas verstellen. Aber einen wichtigen Haken hat das Ganze, dem Ding fehlt was. Oder würdest du sagen, nein? Also sagen wir mal so, ich habe es noch nie vermisst. Wir haben bei den zwei großen Modellen immer Drehgeschwindigkeit, die Einstellung, unterschiedliche Drehzahlbereiche. Aber wir können immer rechts, links Lauf machen und wir können die Geschwindigkeit einstellen. Können wir hier nicht. Was heißt das, wenn ich hier keine Drehrichtung einstellen kann? Nein, das ist ja ganz einfach. Da kannst du auch mit Gewinde bohren. Hiermit dann in dem Fall ja nicht? Hiermit nicht, weil du kannst ja nicht rückwärts laufen lassen. Und hiermit kannst du, wenn du irgendwo in einem Träger oder so Gewinde reinbohren willst, dann trägst du die Drehzahl ganz runter, bohrst du an. Wenn der Gewindebohrer gepackt hat, dann zieht die sich automatisch rein. Und dann ziehst du aber, wie tief du bist und dann schaltst du aus, läufst rückwärtslaufen und dann bohrst du die Löcher damit. Ich wollte jetzt mal hingehen, wenn du den Magnet einschaltern. Die hat ja die Funktion hier zum Verstellen. So, absenken, wie weit das geht. So, ja, zieh es fest. Hast du auch schon ein bisschen was von mir gelernt? Ja. Ich habe ja in manchen Videos von der Benen 50 Autos oder so. Das ist schon ganz gut. Entscheidend ist, dass das beim Bohren nicht passiert. Ja, ja, sagen wir mal so, wenn ich bohre mit so einer Gewalt, dann bin ich hier oben der Benen nicht ganz richtig. Lass mich auch mal kurz versuchen. Also wichtig ist, man hört, wie der Magnet dann mehr arbeitet. Aber du brauchst schon gewaltig Kraft. Ja. So, das sollten wir mit einer weiteren Magnetbohrmaschine auch ausprobieren. Ja. Das ist natürlich eine ganz andere Nummer hier. Kriegst du nicht hoch? Das ist natürlich eine ganz andere. Gut, der Magnet ist größer. Probier doch mal selbst. Ich glaube, ich habe mir die Schulter ausgekugelt. Ohne Quatsch jetzt. Das ist einer der Bodybuilding. Ich glaube, ich habe ihn, Joachim, ohne Scheiß jetzt. Nee, das hat echt höllisch wehgetan. Ich weiß nicht, was ich gemacht habe. Ich bin keine harte Arbeit gewohnt. Ich bin so untrainiert. Nee. Also das war krass. Das heißt, wir haben hier schon mal den ersten wichtigen Punkt. Magnet ist stark. Ja. Für den Preis okay. Aber da sieht man schon deutlich, sie brauchen hier doppelt so viel Kraft. Eine normale Anwendung nehmen. Ja. 10 Millimeter Flachstahl. Ja. Können wir hier draufpacken und dann da draufgehen. Ganz wichtig ist, entkühler schmieren oder beides zusammen. Die Bohrkron länger, weil die kann man selbst nicht anschleifen. Da gibt es nichts zu meckern. Die liefert ab. Und vor allem, man hat ja eben gesehen, man muss da nicht drücken wie so ein Irre. Und der bohrt ganz saubere Löcher. Hier ist so ein Zentrierstift, der man anknarren kann, wenn man genau bohren muss. Die Spanbildung ist abhängig vom Bohrer. Aber der Bohrer kann nur das, was die Maschine liefert. Und die Maschine liefert. Also wenn wir jetzt mal den 20er ausprobieren, dann ist er schon ein bisschen... Was hier große Buben hier, 12 Millimeter, ist ja an sich relativ einfach. Ich habe gesehen, dass du beim Bohren manchmal stehen geblieben bist. Und ein bisschen hochgegangen bist. Wieso machst du das? Damit sich der Bohrer ein bisschen erholen kann. Ich habe hier noch was. Was hältst du davon? Bist du damit einverstanden? Dann ist er eher realistisch. 12. 12. Aber hier an der Stelle, da ist es dicker. Ja, ja. Darüber. Aber wir sind ja aus der Stelle draußen. Aber hier an der Stelle, da ist es dicker, da ist es dicker, da ist es dicker. Also 12er, gar kein Problem. Nee. Ich würde sagen, dann mal die 20er. Ja, ja. Mhm. Okay. Sollen wir mal mit dem 27er? Das ist natürlich schon... Schon eine Nummer. ...müsste gehen, weil sonst hätten sie es nicht dabei getan. Deshalb, wenn ich keine Drehzahlregelung habe, dann muss ich halt entsprechend mit Gefühl arbeiten. Ja. Und ich merke, du hast ja eben gesehen, wie das Öl schon gequalmt hat. Ja, da war direkt Temperaturen entwickelt. Je größer der Durchmesser, desto langsamer die Drehzahl. Da gibt es eine Formel dafür, wie man das ausrechnen kann. Aber ich bohre lieber langsamer und mit Gefühl. Und das ist natürlich jetzt der Worst-Case-Szenario. Ja, ich muss sagen, das war eine krasse Nummer. Das ging aber trotzdem, ne? Also man hat gemerkt, das muss scharfer, aber wirklich, wenn man das Loch hier sieht, ist das schon heftig. Ja. Weißt du, was mich interessieren würde? Ja. Der Unterschied zwischen einer Profi, High-End, teuren Maschine, ob wir da jetzt überhaupt einen Unterschied feststellen können. Leg mal los. Warte kurz. Mach an. Ich sag eins, zwei, drei. Warte. Oder volle Geschwindigkeit, was denkst du? Ach so, Lade. Ja, okay. So, jetzt machen wir das selbe mit der, ähm, mit der, ähm, mit der, ähm, mit der Vivo. Ja. Ja. So, jetzt. Ja? Ja. Achtung. Stopp! Ah, 24. Weißt du warum? 24. 18, 19 waren das? Ja. Der Unterschied ist, was ich ja so spannend finde, du merkst einfach, wenn ich zu viel Druck gebe, dann geht die in die Knie. Das komische ist, dass die Fein-Akku das nicht macht. Da ist ja viel mehr Kraft. Wie ist das möglich? Es gibt viele Dinge zum Himmel und Erde, die nicht erklären können. Aber pass auf, 24 Sekunden, um da mit dem 27er durchzuhalten. Das ist doch krass, oder? Das ist eine Hammermaschine. Ja, was meinst du, wenn ich die gekauft habe? Ganz ehrlich, ich bin von deiner Magnetbohrmaschine echt überzeugt, weil die hat Power und die liefert ab. Die Geschichte mit der Drehzahl. Natürlich ist das wichtig. Ich habe gedacht, das Ding hat keine Drehzahlereinstellung, keinen Rechts-Linkslauf. Das kann doch nichts taugen. Und dann packen die da von 12er bis 27er Weltatz. Das kann nicht funktionieren. Aber wir sehen hier, das läuft fantastisch. Das Interessante ist, das Ding hat sogar australische Wurzeln. Es hat eine Weltreise gemacht. Es hat eine Weltreise gemacht. Habe ich dir gezeigt, was für den typischen entsteht. Ja, das blende ich auf. Es ist total verrückt, das müsst ihr euch angucken. Aber Wevor habe ich schon einige Sachen getestet. Ich muss ganz ehrlich sagen, das Ding funktioniert wirklich sehr gut. Es ist von der Haptik auch gut gemacht. Es ist ordentlich verarbeitet. Also das ist jetzt zum Beispiel, wenn man jetzt, das kann man noch dazu machen. Ich nehme die Handschraube, ich nehme die Einstecke und dann hat man richtig gekühlt, weil diese Wäldernbohrer, die versagen keine allzu große Hitze. Ja, gucken wir hier. Der hat noch nicht blau angelaufen. Noch nicht immer blau angelaufen. Und ich habe volle Granate gedrückt. Wer macht das jetzt bitte sauber? Der Stift. Na Gott, alles klar. Wenn der Meister sagt, dann müssen wir es tun.